Tag zusammen, kurze Information bevor Isaac startet, ich hänge das jetzt vor jedem Video, ich glaube es gibt drei Parts oder zwei Parts, weiß ich jetzt nicht genau, muss ich noch rendern. Und zwar ist mir jetzt gerade aufgefallen, dass ich einen Fail gemacht habe. Ich habe Camtasia gestartet, wie sonst auch immer, habe dann Isaac gestartet, wie sonst auch immer, und habe dann auf Aufnahme gedrückt, wie sonst auch immer. Nur diesmal war das anders. Camtasia hat komischerweise nicht den Bildausschnitt genommen, den es sonst immer nimmt, was ich gespeichert habe, sondern hat einfach mal den ganzen Desktop aufgenommen. Einfach mal 1080p, und warum, weiß ich nicht, ich habe es jedenfalls nicht gemerkt, weil darauf achte ich eigentlich gar nicht, weil die letzten Male hat es immer geklappt, dass es schon von alleine die Größe hatte. Und jetzt ist es halt größer gewesen. Also jetzt seht ihr quasi um das Isaac-Bild rum mein Desktop, das Isaac-Bild ist jetzt ein bisschen kleiner als gewohnt. Ich denke aber, man kann alles erkennen, und ich wollte jetzt die Aufnahme nicht wegschmeißen, das war über eine halbe Stunde. Und deswegen sage ich mal sorry dafür, und viel Spaß beim nachfolgenden Video. Tag zusammen, und willkommen zurück zu Binding of Isaac. Jetzt ist gerade hier von Camtasia der Timer runtergegangen. Ich würde schon gerne wissen, wie lange ich aufnehme. Wir spielen heute wieder mit Magdalene, hoffentlich ein bisschen länger als gestern. Ich probiere es einfach mal. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Okay, ich lasse es mal lieber sein. Ich lasse es mal lieber sein. Übrigens, voll geil, gestern Abend, bzw. gestern im Laufe des Tages, habe ich an einem Tag zwei Abonnenten dazu bekommen. Voll krass. Herzlich willkommen an die neuen Platze, dass ihr hier seht. Danke fürs Abonnieren, und ich hoffe, euch gefallen meine Videos. Gut, bei Isaac gibt es jetzt nicht allzu viel zu sehen, das kann ich nicht. Ich kann Isaac nicht, aber ich mache es trotzdem. Das hindert mich nicht, das aufzunehmen. Ja, es macht mir zu viel Spaß irgendwie, obwohl es mich schon tierisch ärgert manchmal, oder oft, oder immer. Herzen. Oh, geil, Bomberman. Fick dich. Nein. Blöder Bomberman. Das ist böse. Das macht man nicht. Ja, etwas schlau, Bomberman. Hast du gut gemacht. Ja, komm. Nein, hier hast du sie wieder. Hier hast du sie auch wieder. Und hier hast du sie wieder. Schade. Hier, bitte. Korrekt geht's. Mein Gott. Bomberman geht eigentlich, der spackt man schon ein bisschen ab und macht nur noch scheiße dann. Da ist das schon ganz in Ordnung. Hä? 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 Was geht ab? Oder darf man vom Bossraum aus nicht da rein? Ich hoffe mal, das stimmt, ey. Ne, scheiße. Ja, da nimmt mich. Dann gehen wir eben zum Boss. Das wird vom Verschwendet für einen Raum. Oh mein Gott. Vermein oder Vermein oder ob all of habe ich. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Hör auf damit. Ah! Du bist böse. Huh! Wuh! Hör auf damit. Stürb mal! Der kommt immer höher. Wuh! Wuh! Hör auf jetzt! Alter, ist der behindert? Ja. Guck da noch ein bisschen mehr. Blut. Wenn du fertig bist, kannst du gar nicht mehr bluten. Komischer blauer Famine. Zack! Und ein Fleisch kloppen. The Basement 2. Ich bin ja mal gespannt, wie weit wir heute kommen. Oh, nice. Oh, schlecht. Das möchte ich nicht. Danke. Komm jetzt. Herz im Feuer habe ich auch nicht so oft. Oh, hallo. Kleiner Jumper. Jumper. Hallo. Nein. Ihr müsst euch nur treffen lassen, ein bisschen. Dann bin ich happy. Komm hoch. Komm. Komm. Ja, genau so. Dann machen wir die AA wieder weg. Wie immer. Damit das nicht anfängt zu stinken. Ich muss doch kurz mein Ohr kratzen jucken. Mein Ohr jucken. Hallo. Die Doppelfliegen. Nein, böse. Ich will die mal auseinanderspringen, ey. Kriege ich immer im ersten Moment einen Schreck. Oh, eine Pille. Drogen. Uh, Boys of Steel. Hallöchen. Ah, ich habe keine Bombe. Fuck. Hier war doch irgendwas, ne? Ach, ein Schlüssel. Hallo. Ja, so ist gut. Ja. Ne, du musst explodieren. Alte Kackbratze. So. Dann laufen. Ich habe doch keine Münze, ey. Das ist ja voll krass. Kann ich ja gar nicht in den Shop laufen. Ist mein Mikrofon richtig? Ja, toll. Leute. Ich denke, eine Bombe wird man aus so einem Feuer nicht rauskriegen, ne? Ich habe bis jetzt nur Münzen und Schlüssel, glaube ich auch. Und Herzen bekommen. Zwei Münzen. Oh. Und weiter. Ah, toll. Toll. Keine Bombe. Das ist ja nice. Hätte ich die eine mal nicht verballert eben, ey. Scheiße. Naja, was soll's. Wir haben vier rote Herzen und vier blaue. Und wir kämpfen jetzt gegen Larry Jr. Oh, gerade nicht so viele Steine. Das ist schon mal gut. Boah, habe ich mich gerade erschrocken. Böse. Böse. Ah, fuck. Ja, genau. Und ich laufe genau hoch. Und nicht weiter geht. Hallo. Oh, oh. Hallo, Larry Jr. Uh. Du musst sterben, mein Freund. Einfach nur sterben. Alter. Ey, die machen mir aber auch immer Angst, ey. Die Wichser. Uh. Äh. Ich will überleben. Au. Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll, ey. Stirb. Boah. Nein. Uh. Festgehangen. Ah, guck mal. Haben wir doch wieder. Alter Schwede. Guck mal da. Jetzt haben wir eine Bombe, siehst du. The Tower. Das macht die Bomben. Drogen. Bedrip. Münze. Und Mom's Pearl. Soll ich die Bombe jetzt hierfür nehmen? Ach, guck mal. Hier kann ich sogar... Opfern. Ja, ich weiß nicht, was das ist. Wozu geh ich hier überhaupt noch rein? Ich weiß ja nie, was das ist. Ich könnte auf mein Handy gucken, aber ich hab keinen Bock jetzt. Äh. Die Bombe. Nee, ja, ich komm. Ich mach das. Ich mach das. Vielleicht kriegen wir was geiles. Ich glaub ich zwar eher weniger. Wo war denn überhaupt? Da hinten, ne? Ja. Äh. Äh. Lol. Ja, dann kann ich mir noch die Truhe holen. Ah. Und ein Schlüssel, wahlweise. Aber das lasst du, ich hab drei Schlüssel. Die eine Bombe hebe ich mir noch auf. Vielleicht brauchen wir sie noch. Ach, guck mal. Ja, das ist doch nicht. Soll ich jetzt noch einen Schlüssel holen? Ja, komm. Ach so, ey. Wir sind mal heute großzügig. Ich könnte jetzt auch noch in den Geheimraum gehen. Aber dann hab ich wieder keine Bombe mehr. Nee, ich lass das erstmal. Scheiß auf den Geheimraum. Sind ja eh nur Münzen drin. Die find ich auch so. Schwupp. Mal gucken, was uns jetzt hier erwartet in den Katakombs 1. Hallo. Oh, oh. Muss ich grad kurz überlegen, welche Richtung ich jetzt gehe. Nein, das macht man nicht. Aber warte mal. Komm, hier, schieß. Schieß. Schieß hier alles kaputt. Ja, hier noch. Ja, komm. Ja, danke. Du bist so gut zu mir. Haha. Keine Bombe verbraucht. Tu auf Klaps. Nein. Heb ich mal auf. Heb ich mal auf. Oh nein, Alter. Nein. Nein. Das nicht. Ich möchte das nicht. Oh, fuck. Spinne. Nein, das ist die nächste schon mal weg. Na, komm. Alter, habt ihr das gesehen? Der hat sich vorher um die Ecke gebackt, der Wichser. Das schon wieder. Guck mal, wie die sich rumbacken. Die können normalerweise nur springen und nicht laufen. Die haben ja gar keine Beine. Kommt her jetzt, ey, Pisser. Ja, genau. Guck mal. Was die alles können. Die Cheater. Ja, los, komm. Ja, komm. Tja. Da musst du schon ein bisschen früher aufstehen. Alter, geh doch nicht mal weg. So. Voll die Bagger und Cheater, ey. Oh, nochmal, Alter. Lass mich. Oh. Hat er mich auch noch getroffen. Gewischt, wollte ich gerade sagen. Erwischt und getroffen gleichzeitig. Ich wäre jetzt schon zweimal getroffen worden, wenn ich nicht den Klumpen hätte. Fick dich. Alter, kannst du mal treffen jetzt? Erst mal, erst mal Item. Ah, guck mal. The Sad Onion. Ah, ist schon mal nice. AA wegmachen. Äh. Ja, komm, dann gehen wir mal in diesen Kampfraum. Ah, cool. Pinkie Eye. Wow. Sad Onion und Pinkie Eye. Geil. Nice combo. Oh, fuck. Mit sowas habe ich aber jetzt eben echt schon gerechnet. Aber erst zu spät. Bin ich doof, Alter. Oh, mein Gott. Und ich bleib auch noch stehen. Ich bin so dumm manchmal. Boah. Ich treffe aber auch keinen, wa? Nein! Boah, du gehst mir richtig auf den Sack. Nein, ich will nicht mal. Ich will Pinkie Eye. Mein Ohr juckt schon wieder, Moment. Mann. Das nervt ja richtig. Na, da ich mich wirklich ein bisschen blöd angestellt. Ich bin irgendwie halt ein bisschen steif. Aber was soll's. Kriegen wir schon hin. Hoff ich. Oh nein, alter Fliegen. So, soll ich die AA wegmachen? Ja, komm. Ich weiß gar nicht, ob da auch was drin sein kann. Ich meine, da ist bei mir noch nie was rausgekommen. Ähm. Acht Münzen. Nee. Gehen wir mal erst mal die anderen Räume erkunden. Es ist schon 11.06 Uhr und ich habe noch keinen Anruf bekommen, wann ich heute Nacht arbeiten muss. Wird langsam ein bisschen spät, liebe Freunde. Oh, guck mal. Gold ist scheiße. Ich glaube, ich habe die weiße Fliege vergiftet. Aber das bringt, glaube ich, gar nichts, was? Wow. Lass mich. Nein. 14 Minzen. Fuck, mir fehlt noch eine. Eine Münze noch, komm. Oh mein Gott. Ach. Nein, warum gehe ich denn da hin, ey? Da gibt's doch gar nichts. Ich lau auch noch fast da rein. Toll, jetzt habe ich keine Münze. Ich zock mal kurz am Automaten. Oder ich kriege... Warte mal, ich gehe mal hier hin. Ich ziehe noch eine Münze drin. Ja. Mehr als genug sogar. So, auf zum Shop. Da können wir gleich zum Boss gehen. Lass, lass, lass. Lauf. Da ist eine Bombe. Oh, der komme ich gar nicht ran. Außer hier ist jetzt eine Leiter drin, aber... Da ist eine Leiter drin. Nein, jetzt komm. Warte, jetzt. Und die Bombe nehmen wir auch noch mit. Komm. Drauf, wir schissen. Dann rühre ich mir schnell die beiden Bomben hier. Was ist denn da oben eigentlich? Ach ja, nice. Haha. Und Boss. Oh mein Gott. Ich hasse ihn. Ich hasse die ganzen Reiter. Die sind alle so scheiße. Oh, da darf ich nicht reintreten. LOL, habt ihr das gesehen? Ey, das Spiel wird immer verbuggter. Ist doch voll unfair. Ja, genau. Der hat auf mich geschossen, obwohl der gar nicht in meine Richtung geguckt hat. Damit rechnet doch keiner. Fickt euch. Aua, den hab ich jetzt gar nicht gesehen. Ach, fuck.